Allahumma salli ala Muhammedin wa Ali Assalamu alaikum Bruder Ridwan Ich wollte dich heute fragen, wie du zu dem Weg gekommen bist von Ali Muhammad ob du uns das erzählen könntest Ich bin ein Kurd aus Türkei, ich komme aus Badmann Ich bin 21 Jahre alt und als ich Shia wurde, das war als ich 15 Jahre alt war Sommer 2004 Es hat angefangen mit einem meiner besten Freunde Ramadan Er ist aus Kosovo Damals 2004, diese Zeit ungefähr, ist er und seine Familie auch Shia geworden Ist er auch ungefähr Shia geworden und ja Auf jeden Fall bin ich eines Tages zum Basketballtraining gegangen Und er war zufällig dabei, wie ich zum Basketballtraining gegangen bin Und dann hat er mich versucht, ein bisschen vom Islam zu lehren So, dass der shiitische Weg der richtige Weg ist Und ja, und er hat die ganze Zeit versucht, Shiatum ist der richtige Weg So und so Ich habe gar nichts verstanden, das ging hier rein und wieder da raus Also ich habe mich mitgenommen zum Basketballtraining Saß an der Seite Und ja, habe ich Basketball gespielt und wollte ich eine kleine Pause Habe ich Auszeit genommen und habe mich auf die Bank gesetzt, wo mein Freund Ramadan war Und ja, hat Ramadan mit mir angefangen über Qiyama zu reden Also damals hatte ich gar keine Ahnung vom Islam Nur, dass man beten soll und halt Fasten, ja, die fünf Säulen des Islams Hat er mit mir über Qiyama geredet Dass der Mensch dort gefragt wird Dass die Hände, Füße, Augen, Mund, Nase, alles antworten wird Zum Beispiel der Mund, ich habe dies und das gesagt Das Ohr, ich habe dies und das gehört Ich habe dies und das gerochen Ich bin da und da hingegangen Und ich habe richtig Schiss bekommen Als ich wieder eingewechselt bin, konnte ich nicht mehr spielen Weil ich die ganze Zeit an den Gedanken Qiyama war Dann, später meinte er, also nach dem Spiel Wie wäre es, hast du Lust, mal mit deinem Bruder zu reden Also damit war er gemeint, Bruder Hamza Hast du Lust, mit deinem Bruder zu reden, so warum nicht? Und er wird uns, inshallah, alles über Islam erklären Eine Woche später haben wir uns getroffen Und innerlich wollte ich nicht dahin Irgendwas hat mich blöd Ich weiß nicht, ich glaube das war der Shetan Der nicht wollte, dass ich dahin gehe Ich habe immer damit gehofft Er hofft nicht sagt er, es fällt aus irgendwie Und dann, äh, ja Ist nicht ausgefallen Sind wir drei, vier Kilometer gelaufen Und, also wir hatten, wir waren damals 15, 16 Hatten kein Auto, gar nichts Wir sind wieder hin gelaufen Und dann während des Weges hat er mich immer weiter noch versucht Vom Shiaweg zu überzeugen Er konnte aber nicht so gut reden in diesem Weg Ich meinte, ich will, ich will trotzdem weiterhin Sunni bleiben Lass mich in Ruhe Hatte trotzdem weiterhin Ritter Warte nicht geschafft Und dann, als wir endlich bei Bruder Hamza angekommen sind Hat Bruder Hamza Hat Bruder Hamza Hat Bruder Hamza Hat Bruder Hamza gesagt, dass er mich von der Moschee kennt Dass ich Ich komme später Eine Ritter bete ich Hände ausgestreckt Und eine andere Ritter mache ich Hände verschränkt Dazu kann ich nur sagen, dass Damals ich Sunnitische und schiitische Freunde habe Und Im Freitagsgebet habe ich immer Ich konnte nicht beten Habe ich meinen Freund den schiitischen angeschaut Habe ich so gebetet Nächsten Ritter habe ich den Sunnit angehört und hat er so gebetet Deswegen war das so Also ich war Ich wollte Also ich kannte mich nicht mit dem Islam so gut aus Aber ich wollte immer die Nähe Allah Und ja Als wir dann zum Gespräch kamen Habe ich ihn gefragt Was ist der Unterschied zwischen Schiitentum und Sunnitentum Hat er mir geantwortet Und haben wir ein schönes Gespräch gehabt Und was mich überzeugt hat Dass der schiitische Weg richtig ist Dass die Schiiten nicht an die Verkörperung Allahs glauben Was leider bei der Ahl-Sunnah so ist Zum Beispiel Dass bei Ahl-Sunnah Die glauben, dass Allah Eine Hand hat Weil im Koran steht Dass er eine Hand hat Aber wir Durch den Hadith Was Beim Schiitentum Sehr oft verbreitet wird Dass wir uns Ein Koran Und Ahl-Bayt halten sollen Weil die Ahl-Bayt Uns die Die Erklärung des Koran erklärt Zum Beispiel Wenn da steht Weil im Koran steht Dass Allah eine Hand hat Muss es ja nicht gleich heißen Dass er eine Hand hat Das ist metaphorisch gemeint Damit es gemeint macht Und so glauben die Ahl-Sunnah Dass Allah eine Hand hat Dass Allah ein Gesicht hat Und laut Hadith von ihnen auch Dass Allah Den Fuß in die Hölle reinsteckt Allah hat angeblich einen Fuß Und tut in die Hölle rein Damit will ich gar nichts zu tun haben Das hat mich sofort abgeschreckt Oder dass As-Tagfirullah Bei ihnen Laut ihren Büchern Ich will nicht sagen dass alle so sind Dass Allah Auf den Esel kommt As-Tagfirullah Allah Wie können sie sowas sagen über ihnen Das geht nicht Und dass Ahl-Bayt uns den Koran erklärt Wie der wahre Islam ist Wie wir an Allah zu glauben haben Wie wir richtig beten müssen Sowas geht bei Ahl-Sunnah nicht Also weil sie nicht an Ahl-Bayt glauben Indem sie sie vermeiden Das gibt es nur bei Ahl-Bayt Und das haben nur die Schiiten Einen ordentlichen Islam Meiner und meines Erachtens Und ja Ein weiterer Grund Warum Was mich dazu bewegt hat Schia zu werden War auch Dass Als Rasulullah Muhammad Sallallahu aleyhi wa sallam Gestorben ist Die anderen Gefährten Alle wegen gegangen sind Wer der Khalifa war Der Khalifa werden sollte Obwohl vorher bekannt war Dass Ali Alayhi wa sallam Der Imam werden Also der Imam war schon Der Khalifa werden soll Der Nachfolger Ja Aber Imam Ali Ist nicht wehen gegangen Er ist den Propheten begraben gegangen Mit einigen wenigen Gefährten Aber die meisten sind Wehen gegangen Und das hat mich auch bewegt Also Schihte zu sein Ja So bin ich Schia geworden Und Ja Sieben Jahre sind jetzt fast vergangen Und ich kann immer noch sagen Dass Schihtentum der richtige Weg ist Denn ich habe weiterhin geforscht Und Bin der festen Überzeugung Dass Schihtentum der richtige Weg ist Weil unser Prophet Laut Koran Weil Allah laut Koran Uns befiehlt Achbelbet zu folgen Und der Prophet Laut sunnitische und Schihtische Bücher Uns befiehlt Achbelbet zu folgen Achbelbet ist gemeint Prophet Muhammad Und seine Familie Ich persönlich bin durch sunnitische Bücher Schia geworden Nicht durch Schihtische Das ist meine Meinung Und wie ich mich jetzt fühle Der Der Schihtische Islam Befriedigt mich sehr Sehr wirklich In dem Sinne Weil Ich kriege Ich lerne Einen wahren Allah kennen Nicht Allah mit Fuß Und nicht Allah mit Gesicht Ich lerne wer der Schöpfer ist Ein Schöpfer Der uns erschaffen hat Und nicht der ein Allah kommt Und der geht Es ist Allah subhanahu wa ta'ala Das und ja Dass ihr sehr viel von Achbelbet weise Aussprüche lernt Zum Beispiel Wie wir uns im Leben verhalten sollen Zum Beispiel heute hatten wir den Tag Von Imam Zayn al-Abidin Und er hat uns was hinterlassen Er hat uns nicht im Stich gelassen Und er hat uns Was mitgegeben Wie wir Allah anbieten sollen Wie wir zu ihm Dua machen sollen Damit er uns erhört Das Es gibt nichts besseres Achbelbet Denn sie allein sind der Beweis Und das sieht man Man kann Das Licht nicht verdecken Das geht nicht Es geht nicht Es geht nicht Allahumma salli ala muhammad Allahi muhammad Ich bin da Vielen Dank.